Hallo, warte Guild Wars 2 Zuschauer und Freunde meines Kanals, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Episode von Serenity Spiel, Guild Wars 2. Und wir wagen es, wir stürzen uns auf die Insel Klaur Island und schlagen die Untoten zurück, beziehungsweise wir werden es versuchen. Und das wird äußerst, äußerst spannend. So, wir sollen Commander Talon warnen vor der impendingen Attack. Oh ja, da hat die Werte Char-Dame eindeutig recht. Irgendetwas stimmt nicht. Und Traherne ist auch schon da. So großer Bruder, versucht mit Commander Talon zu sprechen. Was ist das? Darf ich jetzt mit Talon reden? Was ist das? Danke, dass wir uns mit uns kommen, Commander Talon. Wir haben grave news. Ein von Zaitan's Minions brechst die Stadt. Wir verletzten ihn, aber die Kreatur ist wahrscheinlich scouting für eine viel größere Macht. An attack ist imminent. A was? Das ist extremlich unlikely. Wir haben keinen Sinn von einer impendingen Attack. Wenn es da sein muss, wir wissen, dass wir es. Ist das du, Fogel? Gut, Mann, altes Mann. Du bist noch gegen die Vigil? Traherne? Ah, bei Snow Leopard-Shadow, du bist eine Sight für Sore-Eyes. Mit dir auf unsere Seite, wir haben eine kämpfliche Chance. Ich möchte dich treffen, mein Partner. Ein von den Bravesten Warmastern in meine Order. Mein Freund, das ist Traherne. Ein von den Silvari-Warmastern. Er ist Tyria's foremost Scholar auf Zaitan und Orr. Ich habe versucht, ihn zu holen. Commander Talon, ich kann confirm ihre Informationen. Zaitan's servants sind, in Ordnung, kommen. A fleet of dead ships hat aus dem Straits des Strafs von Devastation. Die Risen sailen unter einem Kloak von Steuern. Whatever du gesehen hast, kann es nicht eine reale Angelegenheit sein. Das ist ein, was ich? Kloak-Ire-Leiter kann mit dem Angelegenheit sein. Ich spreche mit meinen Kommandern, Brack und Mira. Als Sie unsere Gefängnis haben, Sie wissen, dass es nichts zu schmerzen ist. Hey, du kloak-Ire-Warmast. Sag mir, du hast ein bisschen Informationen, wie es diesen Angelegenheit hat. Säte, nein. Ich bin nur hier, um die Liefen-Güttchen zu geben, wie du und deine Freundin. Aber zumindest du bist von hinter dir, deine Schrauben und Schrauben. Das ist ein Start. Wir brauchen deine Gemeinschaft, Lade. Ich bin glücklich, dass du hier bist. Es geht nicht um dich, ich werde dich auf deine Runden anwenden. Es ist schon lange, seit ich das Fortress tourt. Wir sollen jetzt zu Deputy Brack gehen, die steht da oben. Denn der gute Commander Talon glaubt ja nicht, dass Claw Island je überrannt werden könnte. Das ist wie die Titanic, die unsinkbar ist. Ja? So, mein Verhören dabei wird sehr viel monologisiert von seiner Seite aus. Das heißt, ich habe sehr wenig zu reden, was auch mal ganz angenehm ist. Deshalb mag ich die Personal Story eigentlich ganz gern. Da muss ich nicht zu viel schwafeln. So, Mira. Und es geht schon los. Die Risen sind auf dem Wege zu uns. Und meinen uns hier angreifen zu müssen und uns belästigen zu müssen. Geht ihr mal zurück. Bleibt mal schön, da hinten in meinem Pfeilhagel stehen, der jetzt leider schon wieder vorbei ist. Jetzt hätte ich sehr gerne Flächenangriffe, also mehr Flächenangriffe. Ich muss, glaube ich, unten meine Signets austauschen gegen Pfeilen. Das ist, glaube ich, definitiv wirksamer hier. Das mache ich mit, äh, wenn ich, wenn ich Out of Combat bin, muss ich mal gucken, ob ich überhaupt Pfeilentraining gemacht habe mit ihm. Sonst, sonst habe ich ein Problem. Sonst müsste es halt so gehen wie hier. So, ich habe jetzt mal zwei Pfeilen reingenommen. Wie gesagt, manche hören dabei, es wird viel monologisiert von seiner Seite aus. Und wir sollen... In meinem Leben... Oh... Ich habe mich auf Aure getrennt. Mein wilder Wunsch ist, um die Lande zu heilen. Johann, möchtest du das Let's Play weiterführen? Johann, möchtest du das Let's Play weiterführen? Ich warte darauf, dass er wieder was Neues sagt. Ich traue mich jetzt kaum, einen Satz anzufangen, weil er... Du, Johann, quatscht mir jetzt eher dauernd rein. Es wird, äh, sehr interessant werden, das richtig zu timen. Wir sollen jetzt, äh, Commander Talon warnen gehen nochmal. So, Johann, wo bist du, du? Also... Nicht weite monologisieren. Also... Hmm... Und da geht es schon los. Die Untoten invasieren. Jetzt kommt dieser... Oh, nö. Nö. Also wir sollen erstmal die Eindringer hier zurückschlagen, das heißt die ganzen Abominations erstmal killen. Das ist an und für sich nicht das Problem. Das Spannende wird dann nachher, das Schiff abzuschießen. Ich bin ultra schlecht im Ziel. Nun ein bisschen bei sowas. Alter, das wird ewig dauern. Und da war ich eigentlich immer ganz dankbar dafür, dass ich Cloud Islanden nicht alleine machen musste. Aber jetzt bin ich halt dann doch allein. Der Abschnitt geht, der Level 60er. Man kann das hier alleine machen. Es dauert halt einfach etwas länger. Ups. Nein, lass den Fall. Nimm die Abomination. Prost, meine Katze. Ihr macht mal anspringen. Sehr gut. Die hat das Problem gerade beseitigt. Oh, der hat 10 Stacks Friends hier drauf. Da muss ich definitiv weg. Oh, die Lion Guards sterben hier auch nach und nach. Das ist definitiv nicht so geil. Ich muss... Oh, da hat 15 Stacks Friends hier drauf. Und wenn ich erwischt bin ich tot. Ach, wir sollen zu Mira. Die ist irgendwo da unten. Ja, ja, ja. Lass mich jetzt mal in Ruhe hier. Wir nehmen mal die Abkürzung und springen einfach hier runter. Und jetzt das Problem ist, dass wir hier einen ganzen Haufen Untote kriegen werden. Wir ignorieren die hier rechts einfach mal und gehen gleich nach da unten. Wo der Beauty Mira tot am Strand liegt. Wie immer. Die Frau war noch nie lebendig hier unten. Tigerlily, komm mal her. Fogel, hilf mir doch einfach mal. Kratz Mira doch mal auf. So, Mira ist okay. Die lebt wieder. Jetzt sollen wir nach innen gehen. Die hier lassen wir schön in Ruhe. Die interessiert uns jetzt gerade mal nicht hier links. Ich vermisse meinen Speedbuff so minimal. Aber ich brauche den Stunbreaker hier hinten. Denn wir werden den gleich noch zum Einsatz bringen müssen. Beziehungsweise, was heißt gleich, ich glaube im nächsten Abschnitt, wenn das hier rum ist. Ja, jetzt soll ich an ein Trebuchet gehen und die niedermachen. Also das Schiff da hinten platt hauen. Ich muss allerdings erstmal die ganzen Risen, die hier drumrum stehen, wegmachen. Denn ich brauche dieses Trebuchet hier vorne. Von da aus hat man nämlich die beste Schussmöglichkeit eigentlich. Ich stehe jetzt allerdings noch zwei Untote rum. Die sind jetzt nicht so das Problem. Ich bin auch recht dankbar dafür, dass wir den Abschnitt hier minimal, glaube ich, überarbeitet haben. Und dass du hier deine Ruhe hast, wenn die Untoten weg sind. Und eine Kumpanen für dich, die hier weghalten. Das muss ich also mit drei. Ups. Alles zu weit. Nee, war eigentlich schon richtig so. Drei. Und jetzt mit zwei mal antesten. Ich habe gerade bis hier gezielt. Wie lange das ungefähr braucht. Man muss, glaube ich, bloß einmal treffen. Ich habe jetzt etwas mehr gemacht. Der Schuss war zu kurz. So, bis hier. Der Schuss war auch zu kurz. Das habe ich jetzt schon gesehen. Bis dahin vielleicht. Es ist echt schwer, hier mal die richtige Distanz zu treffen. Weil ganz bis zum Anschlag ist es zu weit. Mal bis da. Ah, ich habe getroffen. Okay. Sehr gut. Wir haben es geschafft. Es ist sinkend. Eine kleine Begegnung. Oh Gott, es gibt so viele. Ja, denn das war nicht das einzige Schiff. Die werden doch wohl kaum glauben, dass Orr mit einem einzigen Schiff hier anrückt. Um Clore Island einzunehmen. Also dämlich sind die ja nicht. So. Hier sind überall Untote. Das ist perfekt. Die rühren sich zum Glück nicht, aber oh Gott, jetzt werden sie aktiv. Lasst mich. Geht weg. Ihr seid uninteressant. Ja, haut meine Katze. Ist okay, ist okay. Nein, 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 nein. Geht nicht. Ich muss mich aus. Johann ist da, Johann. So, ruhig mal mithauen. Vergiftet mich. Ist okay. Ich verlebe das irgendwie. So, weg da. Eilquelle. So, der muss noch weg, da ist sogar. Und dann noch. Katze passiv. Katze kommt zu mir. Katze kommt zu mir. Oh Gott. Dr. Talon, hold on. You'll be all right. Quiet, Mira. Soldaten nicht brauchen lies. Retriebe zu der Stadt. Tell der Kommodor. Wir tun all we could. By your will, Commander. Dezember is commendable, Deputy Mirror. But your soldiers cannot survive a protracted battle against this many und dead. It's the duty of every Lion Guard to lay down our lives to protect our city. If that's what it takes, that's exactly what we'll do. We'll rally in the courtyard. So, Mira und ihre Lion Guard versuchen jetzt die Untoten abzulenken, während wir hier einfach mal konsequent an denen vorbeirennen. So, Mira und ihr kriegt mich alle nicht. Warum hab ich eigentlich Speed drauf? Irgendwer hat mich Speed draufgekommen. Ich glaube, das war Forgel. Das finde ich sehr gut. Ihr seid mir egal. Ihr seht mich nicht. Ihr kriegt mich nicht. Ihr geht mir alle am Hintern vorbei. So. Erinnert mich immer so ein bisschen an Herr der Ringe hier mit den Watchtowers im zweiten Teil mit Entzündet die Leuchtfeuer von Gondor. So, jetzt kann ich hier auf wieder runter. Katze, komm mit. Ja. Geht mir alle aus dem Weg. Halb der Lion Guard, hold out against the Risen. So, wir sollen jetzt den Courtyard versuchen zu halten, so gut wir können. Irgendwie. Oh Gott, meine Katze ist gleich tot. Katze! Tiga Lili. Komm halt her. Hier. Over here. Wie viele Untote sind denn das hier, bitte? Ich meine, da ist ein Mira, ganz allein. Wo ist der Rest? Wo sind deine ganzen Soldiers, bitte? Wo ist der Hörn? Das wird jetzt ätzend, das ist ja... Ähm, ich muss halt gewisse Anteile an den Untoten hier töten. Ups, 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 ups. Nein, 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 ich wollte... Das wollte ich jetzt gerade nicht. Ich wollte Pet wechseln, so. Wo ist der Rest von euch? Wo sind die ganzen Lion Guard? Wie ich das hasse. Ich habe im Übrigen auch meine Fallen, ne? Ich bin auch super dämlich. Jetzt habe ich die Fallen extra reingenommen. Jetzt benutze ich sie nicht. Da hast du schon Hörn wenigstens. Acht. Neun. Ich sollte die Sachen auch benutzen, die ich hier drin getradet habe. Geh weg von mir. Irgendwas hat mir Heilung gegeben. Oh Gott, Poe ist gleich tot. Das lief nicht ganz so gut. So, Space Chanel kann ich jetzt erstmal bleiben. Geht halt mal rechter, ne? Da oben kommt Vorgel, der auch mal hinterher gelaufen. Nach fünf Jahren, Jahren. Acht. Neun. So, das habt ihr jetzt. Davon brennt alle. Sterbt. Ich muss hier erstmal gucken, dass ich hier so in Sicherheit bin. Deshalb mag ich den Clow Island Abschnitt nicht alleine machen. Das dauert einfach viel zu lange. Du gehst mir auf den Kehl. Ich stehe weg. Letzt lass mich bitte erstmal heilen. Und dann gehen wir in diesen Kreis und töten diese ganzen Untoten. Ich komm nur gerade nicht out of combat. Ich weiß nicht warum. Ich muss mal hier ein Stück rauslaufen. Jetzt, jetzt heil ich endlich mal. Achso. Wo sind bitte die ganzen Lion Guard Leute hin? Acht, neun. So. Du bist ein Brood, du haust von mir ab. Das war knapp gegen den Brood. Wenn mir der mich zu Boden haut, das war es dann so gut wie mit mir. Wenn ich nicht aufpasse. Aua. Die Vergiftung ist bösartig. Und zwar wirklich bösartig. Ich hab zum Glück noch ein bisschen Heilung drauf. Ich zirkele auch wirklich immer so gerade so hier drumherum um alles. Ups. Red ist tot. Ist nicht so gut. Ja, out of endurance. Ich merk's. Das war knapp. Und da kommt Tigwatel angeflogen. Beziehungsweise eine seiner Geschwister. Wie auch immer. Ich glaub ich dir gleich tot am Boden, wenn ich nicht aufpasse. Ja. Ah, Fallback. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. The dragon's servants will never let our ship sail. If they surround the docks, they'll slaughter us, and Zaitan's forces will grow. Our soldiers are too injured to fight. They can barely walk. We can't form a defense and still get them all aboard. Heroic but nearly impossible task. Against great odds and an unrelenting enemy. This, my friend, is a death worthy of legend. Fogel, du kannst sie wegnehmen. Warn Lion's Arch. Ein Tag, du kommst zurück und wiederholst diese Isle. Das habe ich keine Angst. Fogel, du kannst sie nicht alleine nehmen. Ich habe meine Freunde und Kinder mit den Dragons verloren. Ich dachte, dass meine Geschichte mit ihnen buried. Dass ich keine Person in meinen Fußstufen und erzähle meine Geschichte. Jetzt hat das verändert, mein Freund. Ich danke dir, dass ich meine Geschichte bin. Ich erzähle meine Geschichte auf den Hearthfires, wo die Skulls singen von Heros. Geh, ich werde nicht verlieren. Du kannst die Battle Dragon gewinnen, aber du kannst du nie sterben unseren Geist. Ich bin Fogel, son von Kern. Mein Vater war der letzte Dooyak-Saman. Ich bin ein Krieggeister der Vigil. Du wirst mich nie knallen. Meera ist in schlechtem Form. Du musst einen Weg für uns verletzen. Lion Guard, folge mich. Sweet and steady. Und Fogel opfert sich selbst für uns, damit wir entkommen können und den Verwundeten helfen können. Wir machen die jetzt einfach mal hier platt und... Chlor-Island zurück zu erobern. Chlor-Island, das ist nicht die Art, wie man Verwundete mit sich herumträgt. Chlor-Horn trägt eine Muhe mit sich rum. Chlor-Horn, das geht nicht. Und Fogel hat ja gemeint, ja, ähm, wir sollen dieses Island zurückerobern eines Tages und er hat keine Zweifel daran, dass wir das schaffen und ich renne jetzt hier durch, denn ich weiß, dass es funktioniert, wenn ich auf das Boot komme und ihr einfach mal komplett ignoriere. Und das wird unsere nächste Aufgabe werden, Chlor-Island zurück zu erobern. Und das wird genauso ätzend werden, wie dieser Abschnitt hier gerade eben. Und da spielte nochmal die Tonspur ab von Fogel. Ja, War Master Fogel ist nicht mehr, er hat sein Leben gegeben, um uns zu retten und die anderen. Und jetzt ist es an uns, das Ganze hier zu rächen und seinen Tod nicht sinnlos sein zu lassen. Und wir bekommen, oh Gott, seit Dank Unterwasser-Combat-Zeug. Hier, ich bin scheiß Bärse, gib her. Condition... oder Condition Damage Unterwasser? Ah, ich bin nicht auf Condition Damage geskillt. Das war's erstmal mit dem aktuellen Chlor-Island-Abschnitt. Ich bin froh, dass wir zumindest diesen Teil davon rum haben und nicht noch länger zubringen müssen erstmal damit. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Zusehen und ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen. Möge der blasse Baum noch weiterhin über eure Träume wachen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, eure Serenity. buildup ist aber so lecker. waterematische cool. hot